so willkommen zurück ich werde diesmal iron man of normal noch mal starten weil classic kriege ich ja anscheinend nicht gebacken das tut mir echt leid für euch aber ich möchte gerne mal das middleman durch spielen und dann wird es halt auf normal gemacht ich werde auch nicht wieder in europa starten weil ich weiß nicht laboratory workshops to build and maintain da ich aber eh nicht so viele von den bauen werde ich glaube dass man aircraft deutlich wichtiger kann im late game als stadtbonus regeln sind die gleiche vorher auch schon so ich hoffe mal dass es jetzt ein bisschen besser läuft das hat mir auch keinen spaß mehr gemacht weil es einfach ich habe mir mühe gegeben aber es war mir zu schwer respekt daran rotfäder das auf classic durchgespielt hat sogar im let's play soweit ich weiß wirklich respekt ich krieg's nicht gebacken also da wie gesagt das macht mir auch keinen spaß mehr wenn ich da einfach nur auf die nase krieg da hinten ist das irgendwo das andere also damit ich den nach hinten abdecke sind die beiden jetzt zu hinten abdecken die werde ich mal hier hin begeben den würde aufgedeckt weil das weg gelaufen ok so und du bringst man sicherheit also die frauen code haben wir so nach oben geschraubt sind wir drei frauen und ein kauf in meiner stadtmission mit mir das tut mir nicht so sehr wundet mich halt nur so da hin ich werde sie mal da reingehen leise ich weiß nicht wie weit kommst du denn du kommst bis dahin dann denke ich schon mal hingehen weil ich da schon reingucken kann und falls es irgendeine struktur kommt hat er auch noch deckung fängt schon wieder sehr gut an dass ich sie nicht sehe dass ich sie nur hab da rauslaufen sehen und nicht wieder reinkommen sehr gut so jetzt werde ich mal versuchen zu flankieren würde ich sagen oder dahin gehen um in die flanke zu fahren wieso zählt das jetzt nicht als flanke was naja 93 prozent ist trotzdem in ordnung machen wir mal das nicht als flanke gezählt ist er echt raus und wieder reingekommen komisch finde ich komisch so ich denke da ist noch einer ok wenn er bewegt sollte auf meinen overwatch von hinten nicht reagiert werden die tschte für extraterrestrials wenn jetzt erstmal so aufgefahren also was sich jetzt übrigens verändert hat ist hauptsächlich die panik mache und die ich glaube dass die halbe deckung mir auch sinnvolle deckung bringt weil jetzt gerade bei einem bei dem anfang des durchspielens auf classic hat mir das die halbe deckung gar keine gebracht warum das jetzt halbe deckung ist also gar keinen richtigen bonus gebracht keinen nutzbaren bonus sage ich mal mal dahin und die alle auf einer höhe zu haben oh shit die hat blick drauf schade da hat auch die oberwatch nix gebracht sondern dran nein nicht schon die ersten töten ja doch krieg gleich alles ab nicht mehr lustig ich habe anscheinend mehr mehr runden auf zeit um da rein zu gehen auch nur 68 40 nicht mehr wenn ich nicht mehr sind sehr gut dann lädst du ein bisschen nach ich weiß nicht was ich mit dir machen soll du hast nur einen Lebenspunkt eigentlich mag ich dir nicht verlieren dann werden sie wahrscheinlich mal hier hinstellen da kann ein E an den Rand kommen was mich kaputt machen will reinschauen ja die gibt Deckung nach rechts beziehungsweise sie wahrscheinlich auch am besten noch in Mitte aber die mag ich jetzt am liebsten bei den Fotos zur Front einsetzen da mag ich jetzt eigentlich auch nicht hingehen wenn es zu weit weg ist dann würde ich eher da hingehen in der nächste Runde das einsammeln kann da naja das war so klar dass man auch ein entdeckt aber es sind nur einzelne jetzt es sind nicht so wie ein Classic alle auf dem Haufen und immer Dreierkuchen und immer Dreierkuchen OVOWATCH du hast einfach die die das die die Was ist das? Das ist klar! Der du aber eh nicht triffst, kannst du eigentlich überrasch gehen? Mit 60% würde ich sagen, der versucht es mal zu treffen. Den Fugger. Perfekt. Das war dann sozusagen Season 2 Folge 1. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wie gesagt, ich spiele es ja auf Normal, weil auf Classic ist es mir einfach zu schwer. Da macht es mir auch keinen Spaß. Die Zwischensecken werden ja jetzt abbrechen.